Musik 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 Die Stadtwerke München GmbH betreuen im Münchner U-Bahnnetz 770 Fahrtreppen. Wir haben den ersten Matrix-Umrichter der Firma Jaskawa, den U1000, das erste Mal 2016 in Betrieb genommen. Mittlerweile haben wir gut über 70 Fahrtreppen damit ausgestattet. Musik In den fünf Jahren haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wieso sind wir umgestiegen? Weil wir haben ja in der Vergangenheit schon Umrichter eingesetzt, allerdings mit klassischem Zwischenkreis. Und da ist einfach der Vorteil bei diesem Umrichter, dass er einmal den Vier-Quadranten-Betrieb beherrscht, für unseren Anwendungsfall aber auch geeignet ist, dass er hinsichtlich Netzrückwirkung wesentlich bessere Eigenschaften vorweist. Und was für uns im unterirdischen Bauwerk auch ein wichtiges Thema ist, dass der möglichst wenig Wärme erzeugt. Und das kann der U1000, weil er durch den integrierten elektronischen Bypass bei Nennfrequenz die Phasen quasi einfach nur durchschaltet und somit keine Verlustenergie an den Gliedern erzeugt, die dann in Form von Wärme abgesondert werden. olasalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala- olärtr wheels och klart haycklob march. 7 lutath考ens Marie das Ice Magic 25 연� Pick-Tul an Vielen Dank.